Die Apfeltriebsucht ist eine der wichtigsten Krankheiten im Südtiroler Obstbau. Wir haben diverse Populationen der Cacopsilla melanoneura in Regionen, in denen es ein Vettore des Phytoplasmas ist und in Regionen, in denen es nicht ein Vettore ist. Dank der Ergebnisse des Phytoplasma-Projektes können wir nun bestimmte Faktoren identifizieren auf Seite des Überträgerinsektes, also der Cacopsilla melanoneura, die im Zusammenhang stehen mit lokalen Ausbrüchen in Südtirol.